Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Ella, Luna und Marlene stellt euch vor. Adrian, Alma und Lena kommen gleich zu uns. Judith bekommt die Zwillinge. Wie toll! Hallo Paula, hier sind die drei Racker. Rufen an, wenn das Baby da ist. Mach das! Mach das! Viel Glück! Freddy, ich will los uns Krankenhaus. Sie wehen tun. So weh! Okay. Okay, können los Jette. Wir brauchen Hilfe, meine Frau bekommt ihre Zwillinge. Frau Sonnenbraut. Okay, kommen Sie mit. So Frau Sonnenbraut, die Wehen sind schon ziemlich stark. Es geht geht's los. Okay, Doc. Ich bin bereit. Hurra! Ihr erstes Baby ist da. Es ist ein Junge. Wie soll sie denn heißen? Wie soll er denn heißen? Wie schön! Er soll Jan heißen. Hurra! Ihr zweites Baby ist auch da. Es ist ein Mädchen. Wie soll sie denn heißen? Wie schön! Sie soll Leonie heißen. Jetzt nochmal kräftig pressen. Ihr drittes Baby ist auch da. gleich da. Drehlinge? Ja, wussten sie etwa nichts davon? Wir wussten nur was von Zwillingen. Hurra, ihr drittes Baby ist auch das. Ist ein Mädchen, wie soll sie denn heißen? Wie schön, sie soll Amelie heißen. Ich bringe sie jetzt auf ihr Zimmer. Okay, Doc. Hallo, Paula, das Baby ist da. Kommt ins Krankenhaus, es gibt eine Überraschung. Hallo, Mama, wo ist das Baby? Ja, wo ist es? Ja, Mama, wir wollen es gerne sehen. Das liegt hier im Bettchen. Drehlinge? Ja, im Kreißsaal kamen eben plötzlich drei statt zwei auf die Welt. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ja eine schöne Überraschung mit den Drehlingen. Jetzt hat Familie Sonnenbraut sechs Kinder. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren. und wir sehen uns noch mal Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020